Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Inseln Die letzte Folge ist ja schon eine Weile her, deswegen muss ich mal zusehen, dass wir jetzt mal ein paar neue Folgen kriegen, denn dazwischen hat es auch eine Menge passiert. Letztes Mal haben wir euch die Planung für unsere Villa erzählt, allerdings haben wir die verworfen, das ist jetzt ein Tiernsel der Zeit geworden. Ja, die Farm ist immer noch die alte, die müssen wir mal besser machen. Der Runtergang hier ist auf jeden Fall neu. Das zeige ich euch gleich. Das Haus kennen wir. Unser schöner Steg. Dann hier die Insel ist neu. Und wie man schon sieht, ich nutze kein Optifine mehr, da wird es in der neuesten Version sein von Minecraft für die 1.20.1. Ja, hier haben wir so eine kleine Verzauberungsinsel, die ist, das sieht noch nicht schön aus. Die ist gerade neu, ich fehle noch Bücherregale und alles, ähm, Mist. Also alles, was zugehört, fällt nach. Äh, ja, ich fehle noch eine Menge. Diese muss generell noch verschwindet werden. Hier unten geht es eigentlich eine vorne runter. Und hier ist dann unser Netterportal mittlerweile hin, gezogen. In so einem kleinen Netterraum schon. Ja. Hier sind nämlich überall Anlaufsons falsch schön hin, haben wir bis jetzt auch noch nicht gemacht. Und hier haben wir so eine kleine, ja, Verschmelzung, dass hier Netter anfängt. Ich dachte, ich wäre das cool. Und hier geht es eigentlich nur, einfach nur geradeaus durch, weil ich hier, äh, Stein und sowas fahren wollte. Wir haben auch einige Höhlen, die hier zum Beispiel heute neu gekommen streamen. Also, bei mir ist gerade 9. Juli, ist ja das später. Und hier geht es dann unter dem Ozean, für so einen Weg zum Glaskasten sein, der dann nur zum Fesseln geht. Ja, das bauen wir gerade im Streaming, ich finde es gerade im Moment eigentlich viel. Ja. Also ob die Fallen im Moment mit Jaila nicht geht, ist ein bisschen blöd. Ja, aber. Könnt ihr ruhig mal bei einem mit der Entwicklung. Ja. Jetzt weiß ich auch gar nicht, was ich heute machen will. Das war jetzt ein schnelles Zeigen. Ich klicke mal auf jedenfalls erstmal schlafen. Könnten wir sonst mal gucken, ob wir vielleicht mit dem Bücherrieger mal weitermachen können. Wo ist denn hier das komplette Zuckerrohr weg? Das habe ich doch nicht weggemacht. Aber wir können da nicht dran weitermachen. Ja stimmt, wir brauchen Leder. Ja. Davon müssten ein paar unserer Kühe töten. Die haben auch einen Eisengulmier bekommen, damit die nicht so alleine sind. So, aufpassen, ich will nicht alle umbringen. Wie viele Eier hier rumliegen. Wir müssen aufpassen, nachher übernehmen Hühner die Weltherrschaft. Zwei Kühen müssen auf jeden Fall überbleiben. Ups. So. Warum? Wir können wahrscheinlich nicht viel anfangen. Jetzt viel Leder. Buch. Ja, viel können wir machen. Ach so, Holz fehlt mir auch. Ja, wir haben hier auch gleich eine Bauminsule gemacht. Weil ich keine Lust hatte, so ein Traub, der immer voller Bäume steht. Da fahren wir ja auch ein paar echt große Klopper. So. Okay. So. 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 Das wollte ich jetzt nicht. Guck mal, jetzt auch noch ein Ei. Guck mal, hier kann einer hin. Hier kann einer hin. Hier. Hier. Von mir aus hier hinten auch nochmal. Und hier können wir auch noch einen pflanzen. Und damit ich jetzt hier nochmal rüber laufen muss, kann ich hier noch einer hin. Und hier setzen wir noch einen hin. Das ist glaube ich ganz gut. So. Oh, ein Bücherregal. Ich glaube, wir haben das ein bisschen zu groß gebaut, ne? So, jetzt setze ich hier auch mal eine hin. Oh, 10. So. 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 Mal noch 2. So. 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 wir das machen. So. 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 so müssen wir mal gucken was wir den Rest der Sensor machen das ist dann halt größer geworden als er eigentlich solle das war es noch für diese Folge ich würde sagen bis dann und tschüss